Einen wundervollen guten Tag zu einer neuen Folge The Culling mit dem Dalu-Card. Hallo Kunran. Ja, Liquid und Dalu haben wieder parallel angemeldet. Mal gucken, ob wir wieder mit denen in den Web kommen. Letzte Folge war ja sehr special, das war ja schon witzig. Ja, die D-Impact-Grenade hat halt einen Nachteil, und zwar finde ich Leute, die das Perk drin haben. Wenn er den letzten Schlag eh überleben würde, musst du es eigentlich erst zünden, wenn das geprockt ist. Ja gut, oder? Du machst es halt irgendwie schon so, wenn der 70 bei 70 AP ist. Ja, aber dann verliert er, ja okay, wenn du es direkt zum Anfang machst, dann hat es halt noch. Ja, zum Anfang oder eben zum Ende. Aber unter 65 ist halt Verschwendung. Ja. Das ist richtig. Bisschen, du bist spawnt. Ich dachte, ich bin schon am Arsch der Welt. Ich bin direkt Airpods spawnt. Also mehr oder weniger direkt. Doch, ich bin am Arsch der Welt. Ja, hier ist echt ein... Ich weiß gar nicht, warum die Ecke da ist. Fehlten wohl Spawnpunkte, dass es einfach noch ein bisschen erweitert wurde. Bei Großartig zum Lupen gibt es ja halt nichts. Ja, es gibt so ein, zwei Spawns, die sind wirklich kacke. Da ist einfach... Da kommst du zu allen Häusern zu spät eigentlich. Alter, im Airport waren bis jetzt nur Steelsnares und bei mir ist er, ne? Bei mir sind es zwei. Und bei mir ist eine grüne Kiste. Die will ich eigentlich noch haben. Du musst, wenn wegrennen, ne? Wir dürfen hier nicht... Die grüne Kiste müsste ich bekommen, bevor er bei mir ist. Ich sehe auch einen Gegner. Kann er hier rüberspringen? Nein, kann er nicht. Okay, eine Machete habe ich bekommen. Ich bin an dem Haus unter der Brücke, was so halb im Wasser steht. Wenn du da hinkommen könntest, wenn du da durch bist. Das Haus unter der Brücke, das halb im Wasser steht? Das ist ein Metallhaus unter der Brücke. Ich bin auf jeden Fall unterwegs. Direkt unter der Brücke steht. Das Haus unter der Metallbrücke. Ach, jetzt war er ich wenigstens, ja. Okay. Ja, ich hatte den Airport fast komplett leer, nur das eine... Diesen einen Raum, der oben zu ist. Da war ich nicht drin, den hat er jetzt geholt, aber dafür habe ich wie gesagt die grüne Kiste. Ich habe auch eine grüne Kiste. Ich habe ein gecraftetes D4. Da habe ich einen Recurved Bow. Das ist natürlich nice. Gut. Body Armor, Tonfa. Das ist auch immer so zusammen in einem Tank drin, meistens. Ja, wenn Body Armor oder Rucksack drin sind, ist meistens auch noch was anderes drin. Warte, ich droppe gleich mal kurz unten. Nur, dass du da die Sachen kurz beschützt oder so. Also ich will nicht alles davon verkaufen. Dynamit kann ich nur droppen mit X. Achtung. Vorsicht. Nein, es geht hoch. Ich komme ich runter. Den Hammer will ich behalten. Ist immer noch besser als die Tonfa. Wundervoll ist hier ein gecraftetes Messer. Wo ist das Dynamit hingefallen? Eigentlich direkt daneben. Hast du es nicht schon aufgehoben? Nein, ich habe den Hammer. Das lag exakt daneben. Dann lass mal weiter. Ich habe es schon. Okay. Wir gehen rechts hoch gleich. Also wenn wir uns umdrehen und jetzt rechts hoch. Ja, bei den Labs wurde ich glaube ich eben auch Gift angemacht. Wenn ich das richtig gehört hatte. Die Labs sind ja auf der anderen Seite. Ja, ja. Das ist schon klar. Hier ist schon offen. Auf der anderen Seite der Brücke ist eine rote Kiste und ich habe immer noch das gecraftete Zephyr. Hier, ob die Tür hier offen ist, ja ich wollte gerade sagen, hat ja nichts damit zu sagen. Nur um die Kiste ist. Kommt T4. Okay, Compound-Bogen. Nimm du den Recurve-Bogen. Äh, ich verkauf mal eben fix die Alarmgarn. Kannst du den rauswerfen? Ja, wir müssen halt eben warten, dass das Gift weg ist. Den Recurve-Bogen hast du, ja? Ja, habe ich. Ja, wir gehen dann gleich darüber. Ich habe noch das Explosive. Die ganze Zeit können wir Pfeile machen. Bessere Bögen werden wir nicht finden. Das ist ja jetzt schon. Wir haben zwei Bögen. Oh Gott, hier ist ja auch schon Gift. WTF? Warte, Moment. Ist schon einer gestorben eigentlich? Nee. Jetzt. Da hat doch schon Liquid sind wieder mit am Start. Nice. Aber von denen ist auch keiner gestorben. Warte, ich mache eben noch den Gaspontainer auf der Seite jetzt an. Ja. Da hat nur keiner von unten was dagegen werfen. Da hast du Glück, dass du zuerst gerannt bist. Tja. Nein, aber... Oh, die Knöpfe in der Mitte sind weg. Unten war ja auch die ganze Zeit schon Gift eigentlich. Die haben die Knöpfe in der Mitte weggemacht. Okay. Damit könntest du eigentlich die Brücke reparieren, wenn du drauf bist. Ich hoffe, das reicht vom Reich, von der Distanz her. Ja, das hat einen Kill gemacht. Nice. Ein Dynamit geopfert und ein richtiges Dynamit bekommt. Das ist nice. Da hinten landen schon Air Drops. Er wurde auch abgeschossen. Ich habe zwar einen guten Bogen, ich habe aber eine Scheißwaffe. Unter uns ist einer. Hier unterm Berg. Ja, ich sehe es. Er rennt weg, er rennt weg. Ich habe mein Package. Oh Gott. Der schießt schon wieder mit dem Bogen. Lauf, 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 Lauf. Wir können den machen, der andere mit dem Bogen ist. Nein, der andere kommt gerade hoch. Der ist gerade schon hochgekommen. Wo gehen wir hin? Wir laufen erstmal hier runter. Wir gucken, was passiert. So, rechts um den Berg rum. Du bist noch hinter mir? Ja, 40 Meter, 50. Wenn wir uns wirklich verfolgen, habe ich immer das Dynamit. Aber ich will es halt jetzt nicht opfern. Natürlich schon ein gutes Stück. Ich sage mal, noch fangt ein. Der braucht ja noch ein bisschen. Lauf weiter. Ich glaube, die kommen gar nicht, oder? Der mit dem Sperr war gar noch hinter dir. Die gehen wir hoch. Wenn ihr hier durch den Engpass kommt, nutze ich das Dynamit. Okay. Ich habe halt einen blöden T1 Hammer. Das stört mich halt. Die Machete, die ist halt, er hat einen 1er Speed. 1er Speed ist zum Kotzen. Wir müssen mal eben, nein, nicht die Spritze wieder aufheben. Oh Gott sei Dank. Nicht, dass du verfolgt bist. Ja? Ich hoffe nicht. Nee, hier ist nix. Braucht du zumindest eben einmal hier. Mal schon auf 64 runter. Wie viele Credits hast du? Äh, 52. Ist das ein, war das die normale Station, oder ist das ein Tracking-Gweiß? Ah, die blaue Kiste ist aus. Schade. Kein besonderer, aber hinten ist noch ein Schrank zu. Schade. Oben ist noch fangt, das hole ich noch. Ja, mach das. Wie viele hast du noch mal? Äh, 57. Was hast du für ne Waffe? Äh, die Machete. Zwar hat hier 2, aber halt ein 1er Speed. Der Random Air Drop landet in der Mitte. Das ist der Random. Okay. Muss ja nicht sein, dass einer ein Auge drauf hat. Da rum ist noch mal fangt. Von der Random Air Drop wäre Gold wert. Ja, ich bin auf dem Weg. Weil der landet ja auch ganz gemütlich gerade. Spricht auf jeden Fall dafür, dass noch keiner direkt da ran ist. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ist er schon unten? Nee, glaube ich nicht. Man hört die, das Flugzeug noch. Ja, aber irgendwas explodiert. Da kämpfen welche. An dem Air Drop kämpfen welche. Ich glaube, das war ein Fake Air Drop. Das war nicht der Random Air Drop. Aber vielleicht können wir richtig abstauben. Ich habe Dynamit. Ja. Die überfällt, wäre mega geil. Ich zünde. Alter. Ich gebe Heimstreifen rein. Ich gebe Heimstreifen rein. Okay. Ja, den einen habe ich hier. Ja, das andere Team ist abgehauen. Es hat aber Credits gegeben. Sieht es bei dir aus? Ja, ich bin gleich wieder voll. Nichts geprobt und so? Nö, nö, nö. Ich hatte noch 60 AP. Wenn ich noch ein paar Credits zusammenkriege, kann ich den Air Drop callen. Hier unten ist ein Tier 1, Summer. Und hochwerfen. Also ich könnte meinen Air Drop rufen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir wieder ein Explosive. Was hast du jetzt für eine Waffe? Äh, Ice X. Soll ich die blaue aufmachen? Ich weiß nicht, ob ihr noch meinen Air Drop zusammenkommt. Ja, dann mach die blaue auf. Das ist Stun Gun. Ich habe gerade eigentlich keinen Platz. Ich habe Platz. Dann nimm du sie mit. Okay, und dann würde ich irgendwie dann gleich deine Ice X nehmen, wenn wir da ein Air Drop und du nimmst das Bowie Knife. Ja. Und dann hast du ja bald wieder 50 Credits. Hier unten sind erstmal wieder Gegner. Vielleicht können wir die Stun Gun sogar noch benutzen. Die gehören zusammen. Die haben sich Waffen hingeworfen. Noch. Da schießt, wenn du kannst. Ich habe einen Headshot kassiert. Wir hauen ab. Der hat einen T4-Sperr. Wir müssen auf jeden Fall vielleicht nochmal... Oh, da an der Pump, an der anderen Station sind auch Gegner. Lass mal rechts hoch gehen. Wir gucken nochmal, ob der Gude da ist. Alter, der Schuss hat 31 Schaden gemacht durch Blut... Mit Blutung. Hast du auch einen Headshot gekriegt? Ne, ganz normal. Body Credits, um mich dann zu heilen. Sonst kann ich den AirDrop nicht mehr. Diesmal ist hier oben nichts. Machen wir eben eine Bandage. Boah, wir machen einen T4. Oder Explosive. Na gut, deinen AirDrop halt. Nicht runterspringen. Ich gucke, ob du irgendwas hier rufen kannst. Auf der anderen Seite der Brücke sind welche. Vielleicht kommen die rüber. Das wäre lustig, aber... Wir gehen rüber. Du musst wirklich riskieren. Ich renne weiter. Boah, unten sind alle AirDrops rot. Links im Wasser. Okay. Was macht denn da Metall? Der AirDrop, der macht Metall. Laufen sie. Das könnte Liquid sein. Vielleicht wollen die den AirDrop callen. Wir warten mal kurz. Das ist Liquid. Ich glaube zumindest, das weiß Liquid. Vielleicht von uns ist es auch nochmal Steps. Das ist am FPS Haus. Ja. Oh shit. Boah, gut. Im FPS Haus sind Fallen. Wenn er da rauskommen sollte, schieße ich auf das Fass. Dann können wir uns überlegen, was wir machen. Siehst du den Gascontainer hinten rechts? Wir schießen da drauf. Im Wald? Nee. NW? Sehe ich aus meiner Position nicht. Komm rüber. Siehst du den? Ist das da durch? Nee. Ich gucke genau drauf, Kunran. Oh. NW. Im Wald. Da unten. Zwischen den Bäumen. Ja, doch, 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 doch. Okay, da schießen wir alles drauf. Nee, du. Ach da. Jetzt habe ich ihn. So, du hast ihn. Mal schauen, was passiert. Ach, who's sind keiner? Er war sich bis eben noch am heilen. Du hast das Stay Healthy gehört. Dann rufe ich den hier. Ja. Shit, ey, wir haben, wir sind nicht gut equippt gerade. Dann rufe ich den airdrop und die Musik. Komm, der muss ja von oben kommen. Hoffentlich. Nee, der kommt genau aus der Mitte. Aber der ist so schnell. Ja, den bekommt keiner. Der landet hier gut. Irgendwann hat noch Speed. Das heißt, abschießen ist okay. Der fliegt ja noch. Ja. Okay, pass auf, Konrad. Ich dropp die Axt. Ja. Hier ist noch ein Compound-Bogen. Ja, besser als der Recurved. Ja, hat auch Pfeile noch. Ja. Und dann mal schauen, was wir so machen können. Gift kommt ja sowieso schon. Die Runde ist extrem langsam. Ich würde sagen, wir warten hier unten. In der Dingens. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da noch drin sein können. Das Gift ist nämlich gleich schon da. Ich meine, hier. Also direkt an der Tür. Wir können ja hören und warten. Ich denke, das Gift vertreibt uns hier gleich raus. Oh, schade, dass ich keine Credits mehr für die Blaue da hinten habe. SA-Crafted einer. Ah ne, da läuft er durchs Wasser. Zwei Stück. Warten mal kurz. Das sind Liquid und Dardosch, glaube ich. Ja, 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 ja. Haben uns gesehen, oder? Gib ihm. Alter. Ich glaube, er hat die Maske erkannt. Das müssen Liquid und Dardosch sein. Ja, lass ihn mal mit mir. Okay. 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 Wo sind die anderen? Es leben noch, es leben noch fünf volle Teams. Das ist mit einer der langsamsten Runden, die wir jemals hatten. Gucken wir mal. Da hinten kommt welcher? Insel. Also das da nenne ich immer die Insel. Das ist so lange im... Compound-Bogen, T4. Was sind die Airfield-Typen? Ein Team kämpft. Wie viele sind es dann noch? Ein Team kämpft. Das heißt, zwei sind. Die haben kämpfen. Das heißt, einzelne unbekannt. Erstmal zur Insel gehen. Wenn wir die kriegen, haben wir die besten Chancen. Dann haben wir nämlich Gier. Ich weiß nicht, der war wahrscheinlich im Gift. Unser T4-Team. Einmal angeschossen. Lass die mal weiterrennen. Die locken wir ja gerade zu den anderen. Ist ja gar nicht so schlecht für uns. Ja, solange wir die Insel haben, ist ja alles gut. Das ist einfach der beste Spot. Fein. Kurz. Einer ist gestorben. Einer ist gestorben. Ah, Liquid und Dardosch leben noch. Okay. Mitte war glaube ich einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo ist das T4-Team jetzt? Da hinten sind Liquid und... Oh, die haben jetzt auch T4, Liquid und Dardosch. Okay. Bei dem Kampf müssen wir uns anmischen, sonst kriegen wir kein Gier mehr. Ja, 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 ja. Das ist der Einzelne leider. Fuck, dann auf gar keinen Fall auf den schießen. Ist hier nicht einer gewesen noch? Der craftet hier glaube ich. Hinter dir. Oh Gott. Ja. Lassen wir ihn nicht wegkommen. Wenn Liquid gegen uns kämpfen will. Seh nix. Alter, ich seh nix. Ich hör ihn noch. Ich hör ihn noch. Da hinten. Ja. Guck dir mit dem Rückseite im Kopf. Aus Verzweiflung. Aber Liquid hatte leider auch nix. Aber dafür haben wir ihn von Dingens weggehalten. Von Dardosch. Oh, gerade auf dem Baumschlag. Ich brauche Heilung noch schnell, wenn wir können. Ja, ich eigentlich auch. Kukri liegt hier noch. T3 Dolch wenigstens. Wo? Links neben mir. Ah ja. Da ist es auch down. Ein Team noch, ein Einzelne. Dadurch wird den Kampf gegen den 101-Typen verloren haben. Das kann sein, ja. Screamer vielleicht, ist der das? Echt? Ja. Das ist der Einzelne. Aber nicht, dass der uns sonst in die Quere kommt. Machen wir den eben weg. Gift kommt auch näher. Oh, der hat uns zwei geblockt. Das war nice von ihm. Wenn er wegrennen will. Alter. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe null Ausdauer. Ja, dann renn weg. Renn. Das Gift kommt hier halt. Wir können, ich kann mich nicht mehr heilen. Wo sind die? Wo ist das Team? Fuck weh. Den kämpfen, die. Den hätten wir halt für die T4-Waffe gebraucht, eigentlich den Kerl. Keine Fick, den Spritzer ran. Wann erstmal weg. Einer ist in Norden. Hinter der Wand. Kommt da gerade wieder raus. Getroffen. Ich habe auch getroffen. Oh shit. Bin noch rüber gegangen. Bei mir ist der T4-Typ. Ich komme wieder zu dir. Die ist einfach nicht. Versuchen nur auszuweichen. Wir brauchen die Pfeile. Der T4-Typ macht mir noch ein bisschen Sorgen. Wir gehen noch weiter nach links. Einmal reinspringen und direkt wieder rausspringen. Kein Schaden bekommen. Die schießen jetzt gerade auf den T4-Menschen. Ja. Wollen sie ihre Pfeile verballern? Wo ist der T4-Menschen? Der ist da hinten. Okay. Südost direkt. Das war ein richtiger Hit bei mir. Der T4-Typ ist nach oben. Wir müssen ihn irgendwie runterschubsen. Ich hatte nur noch ein Leben. Halt ihn im Gift. Ja. Ich hab... Geh jetzt runter. Ein. Einfach im Gift halten. Ich halte ihn im Gift. Schön. Ja. Schön gemacht, Dardo. Schön gemacht. Leute, wieder eine Runde gegen Dardo. Dardo schon Liquid und das Finale gewonnen. Tolle Runde. Lasst einen Daumen da, wenn es gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rot rein. Macht's gut, Leute. Tschüss.